Wenn du 24 Stunden eine Frau wärst, was würdest du machen? Nichts bist schwul. Nein, nein, ich sage nicht, dass du schwul bist. Die Frage war, wenn du 24 Stunden eine Frau wärst, was würdest du machen? Ah, nix bist schwul. Die Frage ist, ob du nur 24 Stunden eine Frau wärst. Veperdalei ist nicht schwul. Kollegah, die Frage ist... Wenn du 24 Stunden eine Frau wärst, was würdest du machen? Veperdalei wegschmeißen. Was ist... Sofort Kurve weg. Was ist Probleme? Veperdalei ist nicht schwul. Mach Kamera aus. Kollegah, was ist Problem? Was? Hast du Probleme oder was? Kollegah, das ist nur Umfrage. Wir sind vor dem Spiegel TV. Fertig.